Der Supermix Liebe Weihnachtsmarktfreunde, verehrte RS2-Hörer, es geht los, jawohl, Wintertraum am Alexa und ich teste jetzt mit den RS2-Hörern Fahrgeschäfte und das erste Fahrgeschäft, was wir testen, heißt Mega King Tower. Fahrgeschäfttest Teil 2, The Black Hole. So langsam aber sicher legen wir den zweiten Gang ein bei unserem Fahrgeschäfttest am Alexa Weihnachtsmarkt. Es geht in den Commander. Drei, zwei, eins und los! Weiter geht die wilde Reise und diesmal heißt die Reise MAGIC. Auf geht's! So, zur allgemeinen Abwechslung war was markenfreundlich ist, nämlich ab ins Chaos-Airplane. Das war's, ein sehr erlebnisreicher Tag geht zu Ende am großen Berliner Weihnachtsmarkt am Alexa in Berlin-Mitte und ich kann sagen, wer weihnachtliche Stimmung mit ein bisschen Action erleben will, der ist hier genau richtig.